Ja, meine Promotion durch Facebook Stories. Ein wichtiger Effekt oder eine wichtige Strategie war der Einsatz von Facebook Stories. Wir haben ja besprochen, 10 Tage vor deinem Facebook Live Event beginnt die Promotion und die Promotion beginnt da auch mit Facebook Stories. Ich hoffe, du hast schon Facebook Stories im Einsatz, weil Max Zuckerberg sagt ja, das ist die Zukunft bei Facebook. Beginnend 10 Tage vor deinem Facebook Live Event machst du jeden Tag mindestens eine Facebook Story. Wichtig dabei ist, dass du verschiedene Arten machst. Also du kannst ja eine Text Story machen, Bild Story, du kannst ein Video reingeben, du kannst mit Emojis, ohne Emojis, mit GIFs, ohne GIFs und so weiter und so fort. Es kommen ja immer neue Sachen dazu. Jetzt in Kürze kommen ja auch animierte Texte in den Stories. Also Facebook hat den Fokus auf Stories. Die Reichweite ist wirklich hoch bei Stories. Wichtig ist, dass du auch deine Vorankündigung teilst. Wir haben ja besprochen, du machst zwei Vorankündigungen, im besten Fall eine Live Video Vorankündigung. Und dieses Live Video teilst du einfach. Du gehst auf dein Profil, teilst das in deiner Story. Das ist ganz, ganz wichtig. Wichtig ist, dass du viele einzelne Stories machst. Eine Story hat den Vorteil, du kannst Dinge testen und du kannst vor allem Neugier schaffen. Schmeiß etwas rein. Schmeiß zum Beispiel auch Dinge, die du von den Leuten kriegst, Rückmeldungen. Oder schmeiß etwas rein, was brisant ist. Etwas, was die Leute wirklich fasziniert. Und eines ist dann wichtig, am Tag selbst, wo dein Live Video Event stattfindet, bei mir war das der Dienstag, hier gibst du wirklich Gas. Hier schießt du aus der Kanone. Hier hast du wirklich fast im Stundentakt mehrere Stories. Eine Story kann sein, ich bereite mich gerade vor auf mein Live Video Event und du zeigst einfach Behind the Scenes. Und dann kann etwas sein, dass du sagst zum Beispiel, hey, du zeigst dein Handout, dass die Leute sehen, wow, ist ja richtig strukturiert, wow, da ist ja richtig viel drinnen. Also lass dir einfach etwas einfallen. Wenn du wirklich gut drauf bist, dann ist es überhaupt kein Problem, Stories zu erstellen. Mach mal ein Video Story, mach mal ein Text Story, aber schau, dass du wirklich am Tag selbst richtig Gas gibst. Und dann nochmal 10 Minuten, bevor du live gehst, dass du sagst, so, jetzt bin ich nicht mehr erreichbar, jetzt gehe ich live. Also wichtig ist dabei, viele nutzen Facebook Stories überhaupt nicht. Und es ist so, so schade, deswegen noch dieser Tipp, also nutze auch Facebook Stories.